Die Angst schlummert in mir, weil du jetzt so Johannes Erling gesagt hast und deutsche Ballade und so. Ich begebe mich hier auf gefährliches Terrain. Ich will dich aber wirklich in meinem Team haben. Ich sing jetzt auch eine Ballade für dich, weil ich möchte es wenigstens versucht haben. Die einzige Ballade, die mir jetzt einfällt, ist Vampire von Olivia Rodrigo. Aber ich kann den Text nicht und ich weiß nicht, ob ihr das spielen könnt. Ja, selbstverständlich. Macht mal Lärm für unsere Band. Ich spiele alles. Rosalie, wenn du magst, kannst du dich dann bei Lena in den Stuhl setzen. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich den Text nicht kann. Geht's gut? Ja. Könnt ihr das mal anspielen, in welcher Tonart das jetzt ist? Ich bin das mal anspielen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020